Mein Name ist Martin Krängel, ich bin der CEO der WEPA-Gruppe. Die WEPA ist ein Familienunternehmen, das mit 3.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 13 Standorten in Europa tätig ist. Für mich sind die großen Vorteile von Europa und der Europäischen Union an erster Stelle der Friede, Wachstum, damit die Grundlage zum Wohlergehen, Reisefreiheit und internationale Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere gegenüber Amerika und China. Also Befürchtung, dass da Themen negativer Art davon zukommen, habe ich nur dann, wenn es uns in diesem Wahlkampf nicht gelingt, die wirklich großen Vorteile von Europa und der Europäischen Union in den Vordergrund zu stellen. Denn die Gegenargumente, die da sind, sind doch alles am Ende des Tages Scheinargumente. Es gibt keine sachlichen Argumente gegen Europa. Und das müssen wir allen überbringen, damit wir alle mitnehmen und dass man sich nicht von Scheinargumenten entsprechend blenden lässt. Und das müssen wir allen überbringen, damit wir alle mitnehmen und dass man sich nicht von Scheinargutern anbieten.